Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur fünften Folge unserer Online-Serie vom Schatten zum Licht. Live auf www.bibel-prophetie.ch und www.johlenmedia.de. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder jetzt live zugeschaltet seid zu dieser Serie Prophetie mit Jesus sicher in die Zukunft. Ein ganz besonderes Hallo und Willkommen gilt natürlich wie immer unseren Zuschauern aus der Stadt und dem Kanton Bern, wo eigentlich diese Vortragsreihe live hätte stattfinden sollen, real mit Personen, wo man sich hätte begrüßen können. Das ist wegen Corona nicht möglich, aber so freuen wir uns, dass wir diese Gelegenheit haben, über das Internet diese Vorträge zu zeigen und damit viele Menschen zu erreichen in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland. Zu Beginn möchte ich noch einmal, wie in den anderen Abenden zuvor, auch auf die kostenlosen Bücher hinweisen, die jeder von ihnen anfordern kann. Erwerben wäre das falsche Wort. Das sind wirklich ausgezeichnete, sehr wertvolle Bücher. Das Buch, das unsere Serie den Namen gegeben hat, Vom Schatten zum Licht, wird angeboten, genauso wie das Buch, der Sieg, der Liebe und auch das kleine Büchlein, der rettende Weg, alles drei Weltbestseller. Neu übersetzt in gutem, sehr feinem Deutsch und sehr wertvoll auf der Seite www.bibel-prophetie.ch kann man sie kostenlos anfordern. Wer es noch nicht getan hat, den würde ich ganz ermutigen, das zu tun und damit wollen wir jetzt wieder zu unseren Fragen kommen, die gestellt worden sind. Wir haben ja wie jeden Abend auch die Gelegenheit, Fragen gleich zu stellen und die erste Frage, die gestellt worden ist, ist folgende. Was hältst du von Hollywood? Nun, eine gute Frage. Die Antwort ist, was ich von Hollywood halte, ist im Grunde genommen eigentlich nicht so wichtig. Entscheidend ist, was hält Gott von Hollywood? Was sind die biblischen Grundlagen, in denen man sowas entscheiden kann? Denn für viele solcher Fragen gibt es ja keine expliziten Bibelaussagen, die jetzt sagen, dieser Film ist gut oder diese Serie ist schlecht oder diese Musik ist gut. Und so gibt es ein paar Ideen, die man aus der Bibel entnehmen kann. Und ich möchte da auch vor allem auf einen Vers zu sprechen kommen. Und zwar in Philippa Kapitel 4 und dort Vers 8. Philippa 4 und dort in Vers 8. Da heißt es hier, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was verhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also wir können uns, bevor wir uns einen Film anschauen wollen oder ins Kino gehen, diese Frage stellen, ist das, was ich mir anschauen möchte, verhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend und geht es dort um Tugenden und um lobenswerte Dinge. Und vermutlich muss man kein großer Filmkenner sein, um zu wissen, dass allein dieser Vers, das Repertoire an Filmen, die für einen Christen wirklich geeignet sind, sehr stark zusammenschrumpft. Und es gibt eine Reihe von Bibelfersen, die in die ähnliche Richtung gehen, die deutlich machen, dass womit wir uns beschäftigen, was wir anschauen, uns entsprechend auch verändert. Man denkt vielleicht, naja, aber ich tue ja die Dinge nicht, die dort angepriesen werden im Film, die dort dargestellt werden. Die Bibel warnt uns aber nicht nur davor, Sünde zu tun, sondern auch Sünde wohlwollend anzuschauen. In Römer Kapitel 1 und dort Vers 32, in einer langen Liste mit schrecklichen Sünden, kommt in Vers 32 diese Idee, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben. Tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Also es ist nicht nur schlecht, wenn wir böse Dinge tun, sondern wenn wir auch Gefallen haben an Dingen, wenn sie dargestellt werden. Und wir wissen heute aus der Wissenschaft, wenn man einen Mord sieht, wenn man Ehebruch sieht, insbesondere wenn das so ausführlich dargestellt wird, wie das in Hollywood meistens der Fall ist, dann versetzt sich das Gehirn so sehr hinein, dass man entsprechend auch teilnimmt und dass die eigentliche Persönlichkeit den Charakter prägt. Gute Frage. Die nächste Frage ist auch sehr interessant. Grundsätzlich sagt die Bibel, wir sollen für jeden Menschen beten und bitten. Doch in 1. Johannes 5, Vers 16 steht im zweiten Teil, es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche Person bitten soll, sage ich nicht. Wie ist dieser Vers zu verstehen? Bei welchen Personen sollten wir vorsichtig sein mit Gebeten? Nun, interessante Frage, sehr gute Frage. Sogar 1. Johannes 5, Vers 16 und 17 gehört zu den eher schwierigen Bibelfersen. Und wir können vielleicht nochmal des Zusammenhangs willen diese Stellen lesen. In 1. Johannes 5, Vers 16 und 17, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten. Und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Sünde ist, jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Und jetzt entsteht die Frage daraus, gibt es jetzt vielleicht Menschen, für die man nicht beten soll? Wenn man schwierige Bibeltexte hat und sie nicht genau versteht und auch jetzt vielleicht ein Studium von Griechisch irgendwie nicht weiterhelfen kann, was für die meisten von uns vielleicht sowieso gar nicht zur Verfügung steht, dann gibt es ein simples Prinzip, nämlich welche anderen Aussagen der Bibel werfen Licht auf diese vermeintlich schwierige Stelle. Und wir können dort sehen, dass die Bibel sehr deutlich macht, dass es keinen Menschen gibt, den Gott nicht retten möchte. Die Bibel sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt. Er sagt, wendet euch zu mir, alle Enden der Erde. Die Bibel sagt, dass Gott nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle Raum zur Buße haben. Also alle sollen die Gelegenheit haben, umzukehren. Und wir dürfen für jeden Menschen bitten, dass Gottes Geist an ihm wirkt. Nun, es gibt offensichtlich verschiedene Grade von Sünde. Nun, alle Sünde führt letztlich zum Tod. Denn die Bibel sagt in Römer 6, dass der Sold der Sünde der Tod ist. Das heißt, es gibt keine Sünde, die ich tun kann, die am Ende nicht dazu führen würde, dass ich sterben würde. Also was meint Johannes, wenn er sagt, es gibt Sünde zum Tode und Sünde nicht zum Tode? Also wir wissen, dass es eine wesentliche Unterscheidung zwischen Sünden gibt in Bezug auf die Vergebung. Denn Jesus spricht davon, dass es eine Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann. Und das bezieht sich auf die sogenannte Sünde gegen den Heiligen Geist. Heißt in Matthäus Kapitel 12 und dort in Vers 31 und 32 heißt es, Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Es gibt also eine Sünde, die kann nicht vergeben werden. Und was ist das für eine Sünde? Das ist keine besonders schlimme Tat, sondern das beständige Abweisen des Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist überführt uns ja von Sünde und von Gerechtigkeit. Und von Gericht, der Heilige Geist zeigt uns unsere Notwendigkeit, dass wir Buße tun müssen. Wenn ich aber diesem Wirken des Heiligen Geistes mich entziehe, wenn ich das ablehne, wenn ich es abprallen lasse an mir und nicht einsehe, dass ich falsch liege, nicht einsehe, dass ich Hilfe brauche oder Vergebung, dann kann mir auch nicht vergeben werden. Um das mal ganz praktisch zu machen. Wenn ein Mensch mit mir redet und er ist sich bewusst, dass er sündigt oder dass etwas falsch mit ihm ist und er weiß vielleicht gar nicht genau, wie schlimm die Sünde ist, aber er möchte etwas ändern und der Geist Gottes wirkt an ihm und er ist bereit, sich korrigieren zu lassen und ich bete für ihn, dann hat das eine Auswirkung und dann kann diesem Menschen auch geholfen werden. Wenn dieser Mensch allerdings gar nicht möchte, dass ihm geholfen wird, dann befindet er sich auf diesem Weg direkt in den Tod sozusagen. Und wenn ich jetzt Gott bitte, diesem Menschen seine Sünde zu vergeben, kann Gott ihm nicht vergeben, weil er es ja gar nicht möchte. Ich kann aber natürlich dafür bitten, dass der Geist Gottes weiter an ihm wirkt, dass er vielleicht doch noch diese Chance ergreift, Buße zu erhalten. Die letzte Frage, und wir haben übrigens mehr Fragen bekommen, als wir heute jetzt hier beantworten werden. Das liegt auch unter anderem daran, dass einige Fragen direkt heute im Laufe des Vortrages oder auch in den nächsten Abend, vor allem am letzten Abend, direkt beantwortet werden. Also wartet dann auf die entsprechenden Stellen, wo wir auf diese Themen zu sprechen kommen. Und die letzte Frage, die gestellt worden ist, ist, was kann ich Menschen sagen, die den Eindruck haben, dass Gott sie verlassen hat, weil sie in ihrem Leben viel Leid erlebt haben und von Ängsten geplagt sind. Nun, das ist eine sehr wichtige und praktische Frage und es gibt keine Patentantwort, wo man einfach so alle über einen Kamm scheren kann, weil jedes Leben ist anders und jede Erfahrung ist anders. Und trotzdem dürfen wir wissen, dass Gott selbst, wenn wir schweres Leid durchleben, sich nicht von uns verabschiedet hat. Das Buch Hiob ist da ein gutes Beispiel. Das zeigt, dass selbst in den tiefsten Tiefen der menschlichen Erfahrung Gott immer noch gegenwärtig ist und man festhalten kann an diesem Wissen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass Gott uns verlassen hat, weil wir vielleicht von Schuldgefühlen geplagt sind. Manchmal sind das sogar vielleicht Schuldgefühle von Sünden, die Gott uns längst vergeben hat. Und wir haben aber das Gefühl, Gott hat uns trotzdem verlassen. Und die Bibel sagt uns, wenn unser Herz uns verdammt, dann ist Gott größer als unser Herz. Manchmal aber haben wir den Eindruck, dass Gott uns vielleicht verlassen hat, weil uns so viel Schlechtes widerfährt, so viel Leid. Hier sind einige Dinge vielleicht kurz zu erwähnen. Zum einen ist es wichtig, dass wir uns immer intensiver mit dem Bild von Gott beschäftigen oder dem Charakter Gottes beschäftigen, wie er sich selbst offenbart hat. Gott straft uns nicht einfach nur, weil er irgendwie Lust am Strafen hat. Gott ist ein Gott, der langsam zum Zorn ist. Und vieles Leid, das uns trifft, ist keine Strafe Gottes, sondern nur die Folge dieser schlimmen Sünde, dieses Viruses, den Gott ja mit all seiner Kraft bekämpft, mit seiner Liebe. Und Gott leidet dann mit uns. Es ist gerade ein Grund, warum Gott die Sünde so sehr hasst, weil nämlich Menschen wie du und ich wegen ihr leiden. Und deswegen will er sie ausrotten. Aber dazu auch der Menschen, die das auch wollen und die mit ihm zusammenarbeiten und auch ihre Sünde ihm übergeben wollen. Und deswegen ist es also wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Gott ein liebender Vater ist und dass wir auch in den schwierigen Situationen uns immer wieder an ihn wenden und aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit ihm, dann auch leben. Und dann sollten wir uns auch bewusst machen, dass gerade dann, wenn wir viel Schlimmes erleben, vielleicht wir zu den Menschen auch gehören, denen Gott so etwas zumuten kann. Wie wir, glaube ich, gestern auch gesagt haben, nicht jeder Mensch oder vorgestern nicht jeder Mensch hätte das erleben können, was Abraham erlebt hat auf dem Berg Moria. Es gab Menschen, die eher eine etwas lose Verbindung zu Gott gehabt haben in der Bibel, die so einen Test nie bestanden hätten. Und das ist keine Allgemeinerklärung für jeden Fall, aber es sollte uns vielleicht auch bewusst machen, dass Gott, der selbst so viel Leid erlebt, vielleicht sich am besten denen mitteilen kann auch, die ihm besonders nahe sind. Das sind nur einige erste Versuche, sich dieser Frage zu nähern. Wenn jemand diese Frage geschrieben hat, weil er da ganz persönlich auch mit zu kämpfen hat und in einer besonderen Situation steckt, dann scheue dich nicht, lieber Freund, liebe Freundin, vielleicht auch konkret uns anzuschreiben. Vielleicht können wir auch seelsorgerlich dort weiterhelfen oder auch Kontakte vermitteln, die in einer besonderen Situation dann eingreifen können, helfen können, mitbeten können. Manchmal, wenn man die genauen Umstände weiß, dann kann man sehr viel genauer auch aus der Bibel Rat und Toast geben. Herzlichen Dank für diese Fragen. Wir wollen uns jetzt gleich dem Thema zuwenden, das heute heißt Passer, Priester und Posaunen. Und bevor wir damit beginnen, wollen wir wie jeden Abend mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns heute Abend wieder die Gelegenheit gibst, über dein Wort zu sprechen und davon zu hören, darüber nachzudenken. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du heute Abend unser Herz erreichst, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir dich lieben lernen, weil du so bist, wie du bist. Sprich du durch deinen Heiligen Geist zu uns. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wer von uns war schon einmal verliebt? Ich denke, es wird wohl so gut wie niemanden geben, der jetzt mir zuhört und zuschaut, der ehrlich sagen kann, ich war noch nie verliebt. Vielleicht haben nicht alle von uns mal eine Liebeserklärung abgegeben. Das ist ja durchaus eine riskante Sache. Gerade dann, wenn man die Person vielleicht noch nicht ganz so gut kennt und sich vielleicht nicht ganz so sicher ist, wie die Antwort sein wird. und trotzdem ein ganz aufregender Moment, wenn man einem anderen Menschen sagt, du, ich liebe dich von ganzem Herzen, mit allem, was ich bin und habe. Auch Gott liebt uns. Das haben wir in den Abenden immer wieder auch betont und herausgearbeitet. Und die Bibel zeigt uns, wie sehr Gott sich wünscht, dass unsere Herzen zusammenkommen. Sein Herz und mein Herz. In einem meiner absoluten Lieblingsverse in Hohelied, Kapitel 8, Vers 6, heißt es, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Armen, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Hier fallen mehrere Dinge auf. Zum einen ist die Liebe unbezwinglich, sie ist stark. Wir denken bei Liebe eher vielleicht etwas Delikates, etwas Schwaches, etwas Zerbrechliches. Aber hier sagt uns der Salomo, die Liebe ist unbezwinglich, das hebräische Wort heißt eigentlich, sie ist widerspenstig, sie lässt sich nicht abwimmeln, hartnäckig. Ihre Glut ist eine Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Gott hatte sich ja in einem brennenden Dornbusch geoffenbart, um dem Volk zu sagen, ich kenne eure Schmerzen, ich weiß, wie es euch geht, ich möchte euch erretten. Wie gestern Abend schon erwähnt, ist der heutige Vortag gewisse Weise ein Teil 2 oder ein Teil B, dessen, was wir gestern besprochen haben. Er steht für sich zwar thematisch alleine, aber beschreibt quasi die andere Medaille, die andere Seite der Medaille einer ganz interessanten Geschichte. Vor allem, wenn wir uns dann heute im Laufe dieses Vortrags immer mit einigen Geschichten beschäftigen werden, die wir gestern Abend schon angeschaut haben, also wer gestern Abend verpasst hat, unbedingt nachschauen, denn diese beiden Vorträge werden dann wie ein Puzzle ineinander greifen und dann sich sehr ergänzen. Wir haben gestern gesehen, dass Gott schon am zweiten Abend, dass Gott in diesem brennenden Dornbusch sich offenbart hat, um die Israeliten aus Ägypten herausführen zu wollen. Das war seine Botschaft hier in 2. Mose 6, Vers 6, ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen. Wir haben gesehen, sie waren billige Sklaven und das hatte Gott benutzt, um zu illustrieren, wie die Sklaverei der Sünde ist. Wir haben gestern gesehen, wie eine ganze Reihe von Plagen auf Ägypten niederging, aber obwohl Gott alle Register zog und zum Teil die Plagen so schlimm war, dass es so etwas noch nie zuvor gegeben hatte in ganz Ägypten Land, die Israeliten erst dann frei wurden als ein Lamm. Das Lamm, das sie in ihrem Haus haben sollten für einige Tage, als dieses Lamm geschlachtet wurde und als das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen worden ist. Als die Israeliten sich zu dem Blut des geschlachteten Lammes bekannten, dann wurden sie frei und zwar sofort noch am selben Abend. Wir haben gesehen in 2. Mose 12 Vers 5 und 6 und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern und denen an denen ihr seid und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Noch am selben Abend wurden sie frei und Gott führte sie heraus aus der Sklaverei in die Freiheit und wir haben gesehen das war ein Bild eine Illustration wie Gott uns aus der Sklaverei der Sünde herausführt in die Freiheit die Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erkauft hat durch sein kostbares Blut das Lamm Gottes das für uns geschlachtet worden ist. Nun gestern Abend haben wir aufgehört an diesem Moment als die Israeliten frei wurden als sie herausgeführt wurden und wahrscheinlich erinnern wir uns noch wie Gott sich herausgeführt hat durch eine Wolkensäule die in der Nacht sich in Feuer verwandelte dasselbe Feuer das dem Mose an dem brennenden Dornbusch in der Wüste am Berg Horeb erschienen war dasselbe Feuer führte jetzt die Israeliten hinaus und das war kein Wunder denn die Bibel sagt uns in 5. Mose 9 Vers 3 dass Gott selbst der Herr ein verzehrendes Feuer ist so sollst du heute wissen dass der Herr dein Gott selbst vor dir her geht ein verzehrendes Feuer nun wir haben schon am ersten Abend kennengelernt dass die Bibel über Gott auch folgendes sagt wer nicht liebt der hat Gott nicht erkannt denn Gott ist Liebe und auf den ersten Moment denken wir vielleicht dass diese beiden Ideen sich widersprechen Gott ist die Liebe Gott ist ein verzehrendes Feuer aber hohe Lied 8 Vers 6 wie gerade schon zitiert zeigt uns dass in Wirklichkeit hier ein und derselbe Gedanke vorherrscht denn die Liebe ist stark wie der Tod und die Eifer unbezwinglich wie das Totenreich ihre Glut ist Feuerglut eine Flamme des Herrn wann immer Gott in besonderer Weise deutlich machen wollte dass er die Liebe ist und dass er sein Volk liebt und aus Liebe etwas für sie tun will hat er sich im Feuer geoffen bat diese Metapher ist gar nicht so abwegig wir sagen heute und in einem ziemlich realen Sinn ist es auch in der Bibel so gemeint Gott war buchstäblich Feuer und Flamme für sein Volk damals im brennenden Dornbusch und dann auf dem Weg aus Ägypten heraus mitten hinein in die Wüste ich weiß nicht wer von uns alles sich wohin im Geiste gemeldet hat als ich gefragt habe wer schon einmal eine Liebeserklärung gegeben hat nun Tatsache ist so eine Liebeserklärung gibt man am liebsten nicht unbedingt an einem sehr geschäftigen Ort ab sondern eher dort wo es keine Störung gibt und kein ja kein wie soll ich sagen ja wo niemand ablenkt und an einem solchen Ort hat Gott die Israeliten geführt mitten hinein in die Wüste an diesem Ort in der Wüste war mit ihnen ganz allein und deswegen wollte er ihnen hier etwas zeigen schauen wir gemeinsam in 2. Mose 19 Vers 4 und 5 Ich habe gesehen was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein nun stellen wir uns die Frage was hat Gott hier eigentlich gesagt er hat gesagt ich habe euch zu mir gebracht ich habe euch auf Adlersflügeln getragen und habe euch zu mir gebracht aber nicht einfach nur so sondern zu einem ganz bestimmten Zweck was war der Zweck schauen wir den Vers nochmal an wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt und was genau ist ein Bund dieses Wort kommt von dem Tätigkeitswort von dem Verb verbinden zwei Menschen verbinden sich zum Beispiel in der Ehe zu einem Ehebund Gott sagt ich habe euch nicht einfach nur befreit und schubst euch jetzt so in das weite Leben hinein er sagt ich habe euch befreit ich habe euch zu mir gebracht damit wir eine Einheit bilden damit wir uns verbinden ihr und ich und dann sagt er weiter so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein jetzt in welchem Sinne sollten Israeliten besonders sein waren sie klüger waren sie stärker waren sie schöner intelligenter nein er sagt weiter denn die ganze Erde gehört mir ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern ein heiliges Volk sein das sind die Worte die du den Kindern Israel sagen sollst Gott sagt mit anderen Worten alle Völker gehören mir die Babylonier die Ägypter die Hittiter die Kananiter die Heviter die Pherisiter die Amoriter alle Iter dieser Welt sie gehören mir alle ich habe sie alle gemacht aber ihr seid besonders warum ihr habt die Erfahrung gemacht dass das Blut des Lammes befreit ihr habt die Erfahrung gemacht dass der Gott des Himmels euch vorangeht dass er euch liebt ihr kennt mich all die anderen Völker sind von Gott geschaffen worden Gott hat sie gemacht Gott ernährt sie Gott lässt eine Sonne über ihnen aufgehen aber sie kennen ihn nicht sie lieben ihn nicht zurück sie haben keine Beziehung zu ihm Gott sagt ihr sollt ein besonderes Volk sein ihr sollt ein Volk von Priestern sein wir waren Priester wir werden heute noch ein bisschen mehr darüber hören Priester waren Menschen die eine Verbindung herstellten zwischen Gott und anderen Menschen Menschen die im Grunde genommen Mittler waren zwischen Gott und anderen Menschen und ja es gab dann später ein bestimmtes Priestergeschlecht in Israel weil nicht jeder konnte ein tatsächlicher Priester am Tempel sein aber in einem eigentlichen Sinne sollten alle Israeliten alle Erlösten alle die frei geworden waren durch das Blut des Lammes sie sollten alle Priester sein Verbindungsmänner und Verbindungsfrauen zwischen Gott und anderen Menschen sie sollten anderen erzählen was sie mit Gott erlebt hatten die ganze Welt sollte erfahren von diesem Gott und seiner besonderen Plan der Erlösung dazu hatte Gott die Israeliten befreit und sie zu seinem Volk gemacht und übrigens diesen Plan hat er nie aufgegeben wir werden noch am letzten Abend mehr darüber erfahren und so sagt Gott damit ihr diese Aufgabe richtig ausführen könnt damit ihr wirklich wisst von wem ihr redet möchte ich mich erst einmal richtig vorstellen ich möchte euch meine Liebe erklären sie waren ja mitten in der Wüste keine Ablenkung auch wir haben unsere wie vorhin gesagt unsere Liebeserklärung wahrscheinlich an einem Ort gemacht wo wir von niemandem abgelenkt worden sind und Gott gibt ihnen noch drei Tage Zeit sich vorzubereiten und sagt am dritten Tag werde ich euch begegnen was für eine spannende Sache stellen wir uns vor wir wüssten das in drei Tagen Gott uns buchstäblich begegnet was würde man nicht alles tun wie würde man sich vorbereiten sich vielleicht gedanklich und auch die Kleider waschen und alles mögliche mit welchen Gedanken sind wohl die Israeliten an jenem Abend direkt davor ins Zelt gekrochen wie wird das wohl sein wenn Gott morgen zu uns spricht wird vielleicht wieder irgendwo in der Wüste ein Dornbusch brennen vielleicht müssen wir ein bisschen gucken dass wir den richtigen Dornbusch finden der dann die ganze Zeit wird das vielleicht irgendwie so sein wird vielleicht die die Feuersäule irgendwie uns nahe kommen wird die vielleicht in besonderer Weise sprechen wahrscheinlich haben sich Israeliten einiges gedacht sind eingeschlafen und am nächsten Morgen wachten sie auf und die Erde bebte und es donnerte und es rauchte und es brannte im gesamten Lager scheinbar eine riesige Wolke war zu sehen in 2. Mose 19 Vers 16 lesen wir und es geschah als der dritte Tag kam und es nur früh am Morgen war da hob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Bär und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofen da erschrak das ganze Volk das im Lager war zittern sind sie aus ihren ihren Zelten rausgekrochen so hatten sie sich das nicht vorgestellt der ganze Berg Horeb dort wo Gott einige Monate zuvor sich im brennenden Dornbusch gezeigt hatte der brannte und bebte die ganze Erde schüttelte sich und die Menschen waren außer sich ich mag es wie es hier steht in 2. Mose 19 und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf aber der ganze Berg Sinai rauchte weil der Herr ihm Feuer auf ihn herabstieg und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig eins ist sicher wenn Gott sich uns offenbart ist das eine spektakuläre Sache wenn man Gott näher kennenlernt wird es nicht langweilig die Israeliten hatten so etwas noch nie gesehen und noch nie gehört und um auf die Frage zurück zu kommen so etwas hatte auch Hollywood noch nie fabriziert der Berg brannte bis in den Himmel eine Wolke und ein Rauch und ein lautes Getön von Schofenhörnern die Israeliten waren völlig außer sich die wussten gar nicht was sie dazu sagen sollten 5. Mose 4 sagt da tratet ihr zu und standet unten am Berg aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein im Hebräischen steht dort bis in das Herz des Himmels der voller Finsternis Wolken und Dunkel war und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer die Stimme seiner Worte hörtet ihr aber ihr sah keine Gestalt sondern vernahmt nur die Stimme mitten aus dem Feuer redete Gott zu ihnen und wenn sie genau darüber nachgedacht hätten dann hätten sie darüber nachdenken können dass hier sich wieder Feuer offenbart das Feuer brannte die wir gerade gesehen haben vom Himmel bis zum Berg das Feuer verbannt den Berg mit dem Himmel denn die Liebe Gottes verbindet den Himmel mit der Erde er kam im Feuer herab um zu sagen ich liebe euch eine Liebeserklärung so lesen wir auch in 5. Mose Kapitel 5 Vers 2 und 4 der Herr unser Gott hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berg mit euch geredet mitten aus dem Feuer ja Moment mal haben sie wirklich das Angesicht Gottes gesehen haben wir nicht gerade erst gelesen dass sie nur die Stimme gehört haben und seine Gestalt nicht gesehen haben ja widerspricht sich Mose jetzt an der einen Stelle sagte ihr habt seine Stimme gehört aber seine Gestalt nicht gesehen aber in der nächsten Stelle sagt er ihr sagt ihn von Angesicht Gott hat von Angesicht zu Angesicht mit euch geredet nun tatsächlich haben die Israeliten Gott nicht buchstäblich gesehen aber diese Phrase Gott hat mit euch gesprochen von Angesicht zu Angesicht soll eine ganz tiefe Wahrheit verkünden der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht das ist eine eine Redewendung scheinbar im Hebräischen wie ein Mann mit seinem Freund redet als also Gott im Feuer herab kam um zu sagen ich verbinde den Himmel mit der Erde hier bin ich für euch da da hat er im Grunde genommen eine Freundschaftsanfrage an das Volk Israel gestellt ein bisschen spektakulärer als heute wenn man auf Facebook versucht eine Freundschaftsanfrage zu stellen aber das war die Idee er sagt mit anderen Worten ich möchte euer Freund sein nur die Frage ist warum dann diese Hörner warum die ganz ehrlich wer von uns hat bei seiner Liebeserklärung die er seiner Geliebten oder seinem Geliebten gegeben hat eine Trompete dabei gehabt und hat bevor es dann losging erst einmal ein bisschen Trompete ich habe eine Ankündigung zu machen wahrscheinlich nicht oder Trompeten und Posaunen und Schofahörner haben in der Bibel zwar verschiedene Facetten aber alles geht eigentlich zurück auf eine Grundbedeutung im Neuen Testament lesen wir ebenso auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt wer wird sich zum Kampf rüsten Posaunen stehen für Krieg ja Moment mal jetzt mal ganz gut nachgedacht warum würde man bei einer Liebeserklärung ein Instrument des Krieges verwenden nun vielleicht deswegen weil die Liebeserklärung gleichzeitig eine Kriegserklärung war eine Liebeserklärung und gleichzeitig eine Kriegserklärung jawohl denn die Liebeserklärung an den Sünder ist gleichzeitig eine Kriegserklärung an die Sünde das war ja schon in 1. Mose 3 Vers 5 so 15 so in der ersten Prophezeiung die wir gemeinsam studiert haben dort hatte Gott den Sündern versprochen dass er die Sünde besiegen würde er würde kommen der Schlange den Kopf zu treten wir haben gesehen diese gute Nachricht dieses Evangelium diese erste Verheißung des Erlösungsplanes begann sogar im Hebräischen mit dem Wort Feindschaft will ich setzen die Liebeserklärung an Adam und Eva war eine Kriegserklärung an den Satan und die Sünde wann immer Gott dem Sünder die Liebe erklärt erklärt er der Sünde den Krieg und deswegen sind Sünder meistens ziemlich verwirrt wenn sie in die Gegenwart Gottes kommen weil sie sehen die Anzeichen seiner Liebe aber sie spüren auch etwas was ihnen scheinbar Angst macht weil sie ja meistens noch mit der Sünde sich eng verbunden haben und merken da gibt es etwas das will hier angreifen wenn wir aber genau verstehen was Gott möchte verstehen wir er will uns von der Sünde trennen weil was ist Sünde wir haben gesehen Sünde ist die Übertretung des Gesetzes und Sünde trennt von Gott wir haben gelesen dass Gott ein verzehrendes Feuer ist was verzehrt dieses Feuer wenn das Feuer ein Symbol für die Liebe ist was verzehrt die Liebe nun stellen wir uns vor ein Mensch ein Mann zum Beispiel wird von seiner Frau verlassen aus irgendeinem Trennungsgrund das kann ja alles möglich sein ein anderer Mann das kann manchmal auch die Zahnpastatur sein es gibt die verschiedensten Dinge die als Trennungsgründe angeführt werden was immer dieser Trennungsgrund ist wenn der Mann seine Frau noch liebt was hasst er er hasst den Trennungsgrund und jede Handlung seiner Liebe jede Operation die er jetzt durchführt jede Mission alles was er denkt und tut und sagt um seine Liebe auszudrücken wird gleichzeitig darauf zielen diesen Trennungsgrund zu beseitigen Gottes Liebeserklärung an dich ist eine Kriegserklärung an die Sünde die wir tun und deswegen war diese Liebeserklärung so massiv so intensiv so spektakulär Gott wollte zeigen welche Kraft er hat um die Sünde zu besiegen und dann sprach er und Gott redete alle diese Worte und sprach das ist nicht nur eine Einleitung denn wir haben gesehen Gott sprach es werde Licht und es wurde Licht wenn Gott etwas sagt dann tritt es ein und diese Worte die Gott hier sprach waren nicht einfach nur als Regeln die er jetzt mal in den Raum wirft gedacht sondern sie sollten zeigen was er tun kann aufgrund seiner Liebe und seiner Kraft weil er uns liebt und die Sünde hasst ich bin der Herr dein Gott der ich aus dem Land Ägypten aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe deswegen ist 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 dieses Gesetz auch das Gesetz der Freiheit du sollst erstes Gebot keine anderen Götter neben mir haben wer wirklich liebt hat keinen Nebenbuhler oder Nebenbuhlerin wer von uns verheiratet ist hat versprochen keine andere Frau keinen anderen Mann zu haben das war nicht einfach irgendwelche elitäre kein elitärer Exklusivismus nein das ist Liebe du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen weder von dem was oben im Himmel noch von dem was unten auf Erden noch von dem was in den Wassern unter der Erde ist bete sie nicht an und diene ihnen nicht denn ich der Herr dein Gott bin ein eifersüchtiger Gott der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer die mich hassen manche Menschen fragen sich wie kann das sein ist Gott ein eifersüchtiger Gott ja die Bibel sagt er ist es an anderer Stelle in 5. Mose 4 heißt es sogar dass Gottes Name eifersüchtig ist nun wir alle kennen kranke Eifersucht unbegründete Eifersucht und das ist hiermit nicht gemeint aber wenn es einen Grund gibt eifersüchtig zu sein und der Partner ist gar nicht eifersüchtig sagt das nicht etwas über mangelnde Liebe aus echte Liebe wird auch echt eifersüchtig wenn es einen echten Grund gibt die echte Eifersucht Gottes über unsere echte Sünde ist ein Beweis für seine echte reale Liebe der bei Gnade erweist an vielen Tausenden die mich lieben und meine Gebote halten hier macht Gott einen Zusammenhang der im Denken seit bestimmt dreieinhalb tausend Jahren von gläubigen Menschen irgendwie nicht so richtig zusammen finden will nämlich dass Liebe und Gesetz nicht zwei verschiedene Dinge sind die man irgendwie notfalls noch zusammen harmonisieren muss oder vielleicht wie es heute oft leider geschieht das Gesetz ganz beiseite tut oder als unwichtig oder abgeschafft oder verändert nein bei Gott sind seine Liebe und seine Gebote eine nicht aufzulösende Einheit ja sein Gesetz ist ja die Tatsache dass er immer die Liebe ist du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen der seinen Namen missbraucht und dann im Herzen der 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 zehn Gebote dieses längste vierte Gebot gedenke an den Sabbat besonders angegriffen weil hier etwas ganz entscheidendes passiert gedenke an den Sabbat und heilige ihn mach ihn besonders aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes da sollst du kein Werk tun weder du noch dein Sohn noch deine Tochter noch dein Knecht noch dein Vieh noch dein Fremdling der innerhalb deiner Tore wohnt denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles was drin ist und er ruhte am siebten Tag darum hat der Herr den Sabbat tag gesegnet und geheiligt jede Beziehung kann nur überleben wenn es genügend Zeit miteinander gibt jede Ehe wird nur dann ein Erfolg sein wenn man Zeit miteinander verbringt und zwar nicht einfach nur fünf Minuten am Morgen und sechs Minuten am Abend sondern immer wieder mal in bestimmten Intervallen auch Qualitätszeit Gottes Beziehung zu seinen Gläubigen besteht darin dass er sich wünscht einmal in der Woche am Sabbat dem biblischen Ruhetag dem Samstag Zeit zu verbringen Ruhe zu haben einer besonderen Möglichkeit eine besondere Möglichkeit zu haben in der Beziehung mit Gott zu wachsen ein Ausdruck seiner Liebe weiter heißt es du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren damit du lange lebst in dem Land das der Herr dein Gott dir gibt wenn ein Mensch Gott wirklich liebt wird er diese Liebe auch in alle anderen Bereiche seines Lebens zu anderen Menschen weiterspiegeln und weitergeben du sollst nicht töten du sollst nicht Ehe brechen du sollst nicht stehlen du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten all das zeigt in den verschiedenen Bereichen des Alltags des Lebens dass die Liebe Gottes das Herz eines Menschen verändert und dann ganz an der Wurzel von allem du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten noch seinen Knecht noch seinen Rind noch sein Esel noch irgendetwas das der Nächste hat denn wenn du das tust glaubst du dass Gott nicht nur der begehrt was andere haben der nicht zufrieden ist und überzeugt davon ist dass Gott sich vollständig und ausreichend um ihn kümmert hier dieses Begehren nach Dingen die haben nichts gehören war ja die Ursünde die der die der Luzifer der zu Satan wurde begangen hatte im Himmel hier also sind sie die berühmten zehn Gebote zwei Steine voller Liebe eine Beschreibung dessen was Gott sich wünscht ich weiß nicht wie es dir gegangen ist als du deiner geliebten oder deinem geliebten deine Liebe offenbart hast es kann ja vorkommen dass man nicht auf absolute Gegenliebe stößt schauen wir was passiert ist als Gott seine Liebe in Form der zehn Gebote offenbart hat wir lesen in 5 Mose 5 und wir müssen jetzt gut mitdenken und sauber mitlesen und es geschah als ihr die Stimme mitten aus der finsternes hörtet und der Berg im Feuer brannte da tratet ihr zu mir alle Oberhäupter eurer Stämme und eure Ältesten und ihr sprach siehe der Herr unser Gott hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört heute haben wir gesehen dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben also gut merken sie sagen wir haben gesehen Gott redet aus dem Feuer mit Menschen wir leben noch wir wissen es und nun warum sollen wir sterben Moment mal wie sie haben gerade gesagt wir haben mitbekommen dass Gott mit Menschen redet und wir sind am Leben geblieben und deswegen haben wir Angst dass wir sterben denn dieses große Feuer wird uns verzehren wenn wir die Stimme des Herrn und Gottes noch weiter hören so müssen wir sterben sie sagen wir haben gerade eine Erfahrung mit Gott gemacht und wir sind am Leben und deswegen haben wir Angst dass wir sterben wenn dir das nicht merkwürdig vorkommt das ist doch merkwürdig oder ja das ist merkwürdig aber genau hier zeigt sich dieser Konflikt sie verstehen nicht dass die Liebeserklärung an den Sünder eine Kriegserklärung an die Sünde ist ja es stimmt das Feuer am Berg Sinai war ein verzehrendes Feuer doch nicht um sie zu verzehren sondern um ihnen deutlich zu machen dass Gott die Sünde verzehren möchte offensichtlich war ihnen die Sünde noch ziemlich wichtig manchmal kommt uns Gott so nahe dass wir plötzlich wieder einen Rückzieher machen wir sind froh und dankbar wenn er uns von einer Krankheit heilt wenn uns einen neuen Arbeitsplatz gibt wenn er dafür sorgt dass unsere Kinder eine gute Zukunft haben aber wenn er dann ganz nahe kommt in unseren Alltag in unsere Gedanken in unser Schlafzimmer zu unserem Kühlschrank dann wird es uns manchmal ziemlich heiß und vielleicht sagen wir dann das was die Israeliten hier sagen in 5. Mose 5 Vers 26 und 27 denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebenden Gottes mitten aus dem Feuer reden hören wie wir und am Leben bleiben das ja eine rhetorische Frage also wer könnte das ertragen welcher Mensch könnte die Stimme Gottes hören und jetzt kommt Vers 27 tritt du hinzu Mose und höre alles was der Herr unser Gott reden wird Moment mal sie sagen gerade welcher Mensch der aus Fleisch und Blut ist könnte die Stimme Gottes hören deswegen Mose geh du hin war Mose aus Fleisch und Blut selbstverständlich Mose war auch nur ein Mensch und sie wussten dass Mose nicht verzerrt werden würde wenn er mit Gott reden würde sie wussten ohne es richtig zugeben zu wollen es gab einen Unterschied zwischen Mose und ihnen Mose folgte Gott wirklich er glaubte ihm aber sie waren noch ein bisschen skeptisch sie blieben ein bisschen auf Distanz ja sie wollten dass Gott ihnen das globte Land führt sie wollten nicht dass Gott so nahe kommt dass er ihr Leben bestimmen würde wie viele Menschen machen das heute noch dass sie an einen Gott glauben und hoffen dass er ihnen noch hilft wenn sie eine Prüfung haben oder wenn ihre Arbeitsstelle in Gefahr ist aber sie wünschen sich nicht dass er so nahe kommt und sie würden ihn gerne auf Distanz halten was sie mit anderen Worten gesagt haben war Gott hör auf zu reden sie wollten noch dass er sie weiter führt aber sie wollen nicht mehr dass er direkt zu ihnen spricht stattdessen sagen sie zu Mose schreib du auf was Gott dir sagt sie waren damit zufrieden dass Gott zu Mose spricht und Mose ihnen sozusagen second hand das Wort Gottes weiter gibt aufgeschrieben auf Steintafeln und so kamen die zehn Gebote auf Steintafeln auf Stein deswegen weil Stein Ewigkeit ausdrückt Dauer Beständigkeit hier war der Ausdruck der Liebe Gottes in Stein geschrieben und zu sagen das ist in Stein gemeißelt darauf könnt ihr euch verlassen aber das war nicht alles was Gott sich gewünscht hatte er wollte eigentlich direkt mit ihnen Kontakt haben deswegen wir haben diesen Vers schon angesprochen vor zwei Abenden sagt dann Mose einen Propheten wie mich wird dir der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte aus deinen Brüdern auf ihn sollst du hören ganz so wie du von dem Herrn deinem Gott am Horeb erbeten hast am Tag der Versammlung in dem du sprachst ich will von nun an die Stimme des Herrn meines Gottes nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen damit ich nicht sterbe der kommende Prophet von dem wir schon wissen aus unserem studium dass das Jesus gewesen ist würde also die Aufgabe haben das was am Sinai nicht vollendet werden konnte weil die Israeliten gesagt haben stopp zu viel komm nicht weiter mehr wollen wir nicht lass uns Freunde bleiben aber auf Distanz das würde Jesus vollenden das heißt weiter und der Herr sprach zu mir sie haben recht geredet ich will ihnen einen Propheten wie du es bist aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen das was Gott am Sinai sagen wollte würde der kommende dann ihnen präsentieren aber Gott wollte sein Volk jetzt nicht einfach ganz aufgeben obwohl sie ihm gesagt hatten Gott hör auf zu reden wollte er trotzdem noch bei ihm sein meine Frau hat mir vor einigen Monaten mal eine Karte gezeigt auf der stand so sinngemäß geschrieben wenn du mich mal verlässt nimmst du mich dann mit ich glaube so ein bisschen ging es Gott die Israeliten wollten nur eine Fernbeziehung eine Distanz Beziehung aber Gott sagt okay das ist erstaunlich an Gott Gott sagt nicht wie wir gesagt hätten okay dann lass mich in Ruhe ich suche mir ein anderes Volk nein Gott sagt okay kein Problem ich ich warte ich gehe mit euch ich komme euch nicht zu nahe ich rede nicht direkt zu euch wenn ihr das nicht möchtet aber kann ich wenigstens bei euch zelten kann ich vielleicht meine Wohnung bei euch aufschlagen damit ihr vielleicht über die Zeit hinweg mich ein bisschen besser kennenlernen könnt die Israeliten lebten in Zelten Gott sagt okay baut mir auch ein Zelt wenn ihr möchtet mit freiwilligen Gaben und sie sollen mir ein Heiligtum machen damit ich in ihrer Mitte wohne obwohl die Israeliten gesagt haben hör auf zu reden sagt Gott kein Problem aber ich möchte trotzdem in eurem Alltag präsent sein damit ihr wenn ihr nachdenkt mich besser kennenlernen könnt und so wurde dieses Heiligtum gebaut und die Zeit wird uns fehlen alle Details zu beschreiben es ist unglaublich spannend in 2. Mose und auch in 3. Mose zu lesen die ganzen Vorschriften der Bau dieses Heiligtums was alles mit verbunden war aber um es simpel zu machen es war die Wohnung Gottes Gott wohnte hier er zeltete unter seinem Volk und es gab einen ganz interessanten Plan wie ein Mensch mit seiner Sünde kommen konnte und sich Gott nähern konnte durch einen Priester da gab es einen Brandopfer Altar wo das Feuer ständig brannte das beständige Feuer das vom Himmel gefallen war wo ein Lamm oder auch Stiere Ziegen wo Opfer gebracht werden konnten die auf den kommenden Erlöser hinwiesen und dann ein Priester der hinein ging in dieses Zelt und die Menschen draußen mit Gott symbolisch verbannt dort gab es den Räuchertar da gab es Licht dort gab es die berühmten Schaubrote Symbol dafür dass wir aus dem Wort Gottes leben und einmal im Jahr ging der Priester hinein in das was man das Allerheiligste nannte den Ort wo Gott selbst sich offenbarte auf einer Bundeslade wo zwei Cherubim in Gold abgebildet worden waren um deutlich zu machen dies ist eine Illustration des Thrones Gottes an dem Jahr der ganze Kampf begann und hierhin wurde einmal im Jahr das Blut der Opfer gebracht um völlige Reinigung um völlige Harmonie um Wiederherstellung zu bringen diese Lade hieß Bundeslade weil dort der Bund dargestellt wurde und mittendrin die zehn Gebote übrigens noch zwei andere Dinge einmal dass ein Krug mit Manna um das ausdrücken dass Gott jeden Tag für die Israeliten sorgte mitten in der Wüste hatte sie 40 Jahre lang mit Brot versorgt ihre ständige Abhängigkeit das Manna war auch ein Symbol für das Wort Gottes und dann war da dieser Stab von Aaron der gesprosst hatte ein Symbol dafür dass Gott aus Tod aus dem Tod wieder Leben machen kann auch ein Symbol für die Auferstehung Jesu und eine ganze Reihe anderen von Dingen aber das soll hier kurz genügen aber deutlich zu machen die zehn Gebote innerlich sind der eigentliche Bund und das war schon in der Zeit Mose das Thema das immer wieder predigt der sagte höre Israel ja diese Israeliten die gesagt haben wir wollen aufhören zu hören wir wollen nicht mehr hören schreib es uns auf wir tun alles was er sagt ja gib uns die Regeln wir halten uns daran Gott sagt Mose sagt durch Mose höre Israel der Herr ist unser Gott der Herr allein und du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen mit deiner ganzen Seele mit deiner ganzen Kraft Gott reicht es nicht wenn du alle Regeln befolgst wenn du ein treuer untertan bist und nicht gegen ihn dich auf lehnst Gott möchte dass du ihn liebst dass du ihn magst dass du von deiner ganzen Seele mit deiner ganzen Kraft so wie Gott mit seinem ganzen Herzen mit seiner ganzen Seele mit seiner ganzen Kraft sich für dich einsetzt und diese Worte diese zehn Gebote die ich dir heute gebiete sollst du auf dem Herzen tragen es reicht nicht nur sie stolz daher zu tragen in einer Bundeslade die noch vergoldet ist und sagen das sind unsere zehn Gebote wie das in der Geschichte Israel immer wieder passiert ist wo man die Bundeslade umher trug und meinte dadurch irgendwie einen Vorteil zu haben nein es geht darum diese Gebote im Herzen zu tragen und wenn die Bibel vom Herzen spricht dann meinst sie eigentlich unser Denken und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst und jetzt Achtung festhalten und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben das war etwas was die Israeliten sehr gut kannten denn sie wussten an den Türpfosten war das Blut des Lammes mit Türpfosten verbanden sie die Befreiung aus der Knechtschaft durch das Blut des Lammes und symbolisch genau dort wo das Blut des Lammes war sollten die zehn Gebote geschrieben sein um deutlich zu machen dass es keinen Widerspruch gibt zwischen der Gnade Gottes und seinem Geboten das ist nicht zwei verschiedene Welten sind hier die Liebe und dort die Gesetze nein es ist eigentlich ein und dasselbe denn die Gebote Gottes beschreiben seinen Charakter weswegen er uns rettet und wenn wir diese Liebe anerkennen und unserem Leben erfahren dann werden wir aus Liebe nicht weil uns jemand dazu zwingt genau das tun was diese Gebote als Prinzip deutlich machen wir haben gestern nicht nur die Geschichte von Mose angeschaut sondern auch die Geschichte von Daniel gestern haben wir gesehen wie Daniel Jahrhunderte später in Babylon die alten Schriften studierte und wir haben gesehen wie er dann betete und heute können wir sein Gebet noch ein bisschen besser verstehen denn er betete ja ich betete aber zu dem Herrn meinem Gott und ich bekannte und sprach ach Herr du großer und furchtgebiet der Gott der den Bund und die Gnade denen bewahrt die ihn lieben und seine Gebote bewahren das ist ein wörtliches Zitat aus dem zweiten Gebot wo es auch um den eifersüchtigen Gott geht wir haben gesündigt und haben unrecht getan und gesetzlos gehandelt wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen die zehn Gebote waren der Maßstab ob jemand wirklich Gott liebt oder nicht die zehn Gebote sind noch der Maßstab ob jemand wirklich Gott liebt oder nicht genau so Daniel 9 Vers 13 wie es im Gesetz Moses geschrieben steht das Gesetz Moses war ein Maßstab und wir haben gestern gesehen wie der Engel Gabriel kam und dem verzweifelten Daniel einen in einer spektakulären Prophezeiung den Plan der Erlösung Schritt für Schritt prophetisch aufzeigt der kommende Messias der das Problem der Sünde beseitigen würde der eine ewige Gerechtigkeit einführen würde wir haben gesehen über dein Volk über deine Heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt um Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen worin besteht sie und jetzt können wir das besser verstehen in Daniel 9 Vers 23 er wird mit den vielen einen festen Bund schließen eine Woche lang ein Bund so wie am Sinai doch diesmal ein fester Bund der Bund der Bund Sinai geschossen wurde war allenfalls ein loser Bund denn die Israeliten hatten gesagt stopp wir wollen nichts mehr hören sei bei uns aber bleib uns ein bisschen von der Pelle aber der Messias würde kommen und würde einen festen Bund schließen und das war schon an anderer Stelle im Alten Testament angekündigt worden Jeremia 31 sagt siehe es kommen Tage spricht daher da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde nicht wie der Bund den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag das sie bei der Hand ergriff um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen damals am Berg Sinai denn sie haben meinen Bund gebrochen das Problem war nicht dass Gottes Gebote falsch waren oder dass er seinen Plan der Lösung geändert hat nein das Problem war die Distanz Beziehung und so sagt Gott jetzt hier in Jeremia sondern das ist der Bund den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde spricht der Herr ich will mein Gesetz nicht ändern sondern in ihr Innerstes hinein legen und es auf ihre Herzen schreiben das Gesetz das Gott am Sinai gegeben hat mit allen Zehn geboten ohne Änderung so wie es dort steht das möchte im Herzen haben ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen erkenne den Herrn denn sie werden mich alle kennen vom kleinsten bis zum größten unter ihnen sprich der Herr die Israeliten waren damals am Berg Sinai damit zufrieden dass Mose ihnen Gott erklären würde das Mose sagte Gott hat zu mir gesagt und das sollt ihr tun und das sollt ihr lassen aber Gott sagt seid ihr wirklich damit zufrieden immer nur von einer dritten Person von mir zu hören seid ihr damit zufrieden alles was ihr von mir wisst von einem Prediger Evangelisten von irgendjemandem von einem Priester zu hören seid ihr damit zufrieden oder wollt ihr mich nicht selbst kennenlernen lieber Freund liebe Freundin ich freue mich dass du hier dieses Programm anschaust und dass du zuhörst und dass du mitdenkst aber bitte glaube mir Gott hat noch mehr vor als dass du meine Worte über ihn hörst er möchte zu dir selbst reden er möchte dass du ihn persönlich kennenlernst denn und so endet es hier denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken weil Gott das Problem der Sünde lösen will und kann und wird in meinem und in deinem Leben wenn wir es zulassen dadurch lernen wir ihn wirklich kennen dadurch lernen wir seine Liebe kennen und seine Kraft und deswegen werden wir sehr gerne sein Gesetz nachdenken und es unserem Herzen haben wollen weil es nämlich so ist wie er ist Jesus kam als der verheißene Prophet als der verheißene Messias als der verheißene König um das zu tun die Bibel sagt und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns hier steht im griechischen eigentlich er zeltete unter uns so ähnlich wie in der Wüste Sinai als das Heiligtum aufgebohrt worden ist als Gott sagt ich will mitten unter ihnen sein in ihrer Mitte das Heiligtum ist eine ganz interessante Beschreibung eigentlich von Jesus wir haben leider nicht Zeit das in allen Einzelheiten zu erklären aber es lohnt sich es auch mal selbst weiter zu studieren Jesus hat im Laufe seines Dienstes viele wichtige Predigten gehalten aber keine war vielleicht so entscheidend wie an jenem Tag als er in der Nähe des Segen Nezareth auf einen Hügel stieg es war derselbe Sohn Gottes der anderthalb Jahrtausende zuvor auf einem Berg vom Himmel herabgekommen war um auf einem Berg das Gesetz Gottes zu verkünden es war ja Christus der Sohn Gottes das Wort wie wir gelernt haben er hatte damals die Erde erbeben lassen er hatte das Feuer er war im Feuer gekommen er hatte Rauch und Schofahörner erschallen lassen die Israeliten hatten gesagt bleibt uns fern jetzt stand er wieder auf einem Berg kein Feuer kein Erdbeben kein Rauch aber derselbe Gott in menschlicher Gestalt genau auf Augenhöhe mit den Menschen und er sprach über das was am Sinai nicht mehr gesagt werden konnte weil die Israeliten gesagt haben stopp wir wollen nicht mehr reden er zeigte in dieser Berg predigt nicht dass er die Gebote abschaffen würde sondern er sagt ich bin gekommen um sie zu erfüllen ich bin gekommen um sie wieder groß zu machen mit anderen Worten um ihre volle Bedeutung zu zeigen und das war es ihr habt gehört dass du den alten gesagt du sollst nicht töten wer wird dem Gericht verfallen sein ich aber sage euch als derjenige der das vor 1500 jahren gesagt hat was ich meinte war jeder der seinem Bruder ohne Ursache zürnt wird dem Gericht verfallen sein wer aber zu seinem Bruder sagt Raka das heißt Dummkopf der wird im hohen Rat verfallen sein du sollst nicht töten sind nicht ein paar Buchstaben wo man sagt aha ich habe noch niemals einen Mord begangen ich bin also ganz okay nein es ist ein Prinzip dahinter es geht in unser Verhalten in unsere Worte hinein ja noch tiefer in einige Verse weiter heißt es ihr habt gehört dass du den alten gesagt du sollst nicht ehebrechen ich aber sage euch wer eine Frau anseht um sie zu begehren der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen das Gesetz muss in die Gedanken weil wenn es in den Gedanken ist dann werden die Gedanken zu Worten und die Worte zu Taten und die Taten zu Charakter das Gesetz Gottes muss in unser Denken eine der wichtigsten Aufgaben von Jesu war den Menschen deutlich zu machen nicht dass die zehn Gebote zu ändern sind nicht dass sie abgeschafft werden sondern dass sie endlich dorthin kommen wo sie sein müssen es reicht nicht aus stolz und zu sein weil wir das Wort Gottes kennen irgendwo auf einem Buch Regal ein Buch haben und und es für wahr halten es muss unser Leben unser Denken erfüllen das ist was Gottes Gesetz eigentlich tun soll derselbe Jesus wie gesagt der damals im Feuer herab kam spricht jetzt auf dem Berg über dasselbe Thema Gott hatte ja gesagt einen Propheten wie mich hatte Mose gesagt wird euch der Herr senden und Gott hatte gesagt dass seine Worte in den Mund dieses Propheten gelegt worden sind hier war jetzt das Wort Gottes selbst Fleisch geworden und erklärte was er gemeint hat wir haben diesen Vers schon öfter angesprochen da sprach ich siehe ich komme in der Buchrolle steht von mir geschrieben Achtung wie es weitergeht deinen Willen zu tun mein Gott begehrig und dein Gesetz ist in meinem Herzen man kann kein Christ sein und das Gesetz für abgeschafft halten denn alles was Jesus tat kam aus dem Gesetz hervor das Gesetz Gottes war in seinem Herzen alle seine Taten seine Gedanken seine Worte kamen speisten sich aus dem Gesetz es ist die größte Absurdität zu behaupten dass man Christ sein kann und Jesus lieb haben kann und das Gesetz Gottes nicht das man ändern oder aufheben kann aber das Gesetz Gottes ist der Charakter Gottes jedes seiner Gebote zeigt wie er wirklich ist er sagt du sollst nicht töten weil er das Leben ist er sagt du sollst nicht falsch Zeugnis reden weil er die Wahrheit ist er sagt du sollst dich ehebrechen weil er die treue ist wir können weiter gehen er ist die liebe und es ist immer gesetzmäßig deswegen ist sein Gesetz die Bibel sagt dass Jesus das Gesetz Gottes im Herzen hatte und es heißt ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt in der großen Gemeinde siehe ich will meine Lippen nicht verschließen Herr das weißt du deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen das Gesetz Gottes seine Gerechtigkeit war in seinem Herzen aber es ging hinaus er konnte diese Gerechtigkeit in seinem Herzen verbergen denn wovon das Herz voll ist dem geht der Mund über woran wir am meisten denken davon reden wir am meisten und Jesus dachte am meisten über das Gesetz Gottes nach Tag und Nacht Jesus dachte Tag und Nacht das Gesetz Gottes nach seine Gerechtigkeit war an seinem Herzen und deswegen redet er und wir lesen hier in Psalm 40 was er redete er redete über Gerechtigkeit als frohe Botschaft weil die zehn Gebote in seinem Herzen war predigte das Evangelium es ist die größte Absurdität dass Christen heute glauben dass hier das Evangelium ist und dort das Gesetz Gottes und diese zwei Dinge nichts mehr zu tun haben Jesus predigte das Evangelium weil einer Medaille ist ein und dieselbe Sache dieses Evangelium das die Kraft hat uns zu retten wenn wir irgendein Zweifel daran haben dass das Evangelium Kraft hat lasst uns zum Berg Sinai gehen und lasst uns in Gedanken noch einmal vor Augen führen wie der Berg bebte und wie die Schofahörner einen Krieg ankündigen den man sich noch nie so vorgestellt hatte einen Krieg gegen die Sünde lasst uns Gedanken sehen wie das Feuer vom Himmel zur Erde kommt Gott sagt ich habe Kraft ich habe euch aus Ägypten herausgeführt ich kann euch auch aus der Sünde herausführen und wer das erlebt der liebt wer erlebt hat dass Gott ihn rettet der mag ihn auch sie am allermeisten ihre Liebe war so groß dass sie ein besonders teures Parfüm nahmen und wenn wir von teuer reden meinen wir nicht 100 Euro oder 200 Euro oder 500 Euro wir reden von umgerechnet zahlreichen Tausenden manche Umrechnungen schätzen so um die 20.000 Euro man hätte sich ein Auto davon kaufen können wenn es damals schon Autos gegeben hätte und zwar ein gutes hast du schon mal ein Parfüm für 20.000 Euro besessen wahrscheinlich würde dein Partner dir den Vogel zeigen nicht nur das sie nahm dieses Parfüm und salbte damit die Füße von Jesus es war alles was sie geben konnte teuer und die Menschen umherum als dieser als dieser Duft sich so verräterisch im ganzen Raum ausbreitete sie wollte eigentlich gar keinen großen Aufhebens machen denn sie wollte nur Jesus sagen wie sehr sie ihn liebt die anderen Menschen dachten das ist wirklich notwendig das ist nicht übertrieben das ist doch fanatisch das ist doch extrem so viel Geld als Liebesbeweis für Jesus weil sie hatte verstanden dass Jesus sie so sehr liebte immer und immer wieder war sie von Dämonen besessen worden und Jesus hatte sie befreit und wieder befreit und wieder befreit und wieder befreit wenn du erlebt hast dass Gott dich von einer bestimmten Sünde immer und immer wieder befreit hat dass er dir immer wieder vergibt konstant dann kannst du etwas nachempfinden wie sehr dankbar sie war die Maria sie liebt ihn wirklich deshalb sage ich dir ihre vielen Sünden sind vergeben worden darum hat sie viel Liebe erwiesen sie liebte Jesus von ganzem Herzen von ganzer Seele und von ganzem Gemüt sie war ein Ausdruck des Gesetzes Gottes weil sie diese Erlösung erlebt hat kurze Zeit später und wir haben gestern schon ein bisschen darüber gesprochen waren die Jünger miteinander dort im Obergemach in dem Raum als Jesus ihnen das Abendmahl einsetzte aber kurz zuvor gab es eine sehr peinliche eine wirklich ausgesprochen peinliche Situation Petrus und Johannes hatten dieses Mahl vorbereiten sollen und naja sie hatten dann fast alles gedacht und als sie so in den Raum hineinkamen und sich dann alle setzten ja dann dann stellte man fest es war etwas etwas hat gefehlt etwas übersehen worden wahrscheinlich haben der der Petrus und der Johannes sich gegenseitig angeschaut und gesagt es stand auf der Liste warum hast du nicht dran gedacht niemand war dazu bestimmt worden die Füße zu waschen keiner da und jetzt vielleicht haben sie Nathanael angestupst oder oder den den Andreas mach du mal was Petrus hat vielleicht gedacht immer muss er alles machen keiner wollte aufstehen und dann Johannes sowieso nicht Johannes saß direkt neben Jesus und er wollte keinen Platz machen und dann dann stand Jesus auf und Jesus beugte sich und wusch seinen Jüngern die Füße er diente ihnen die Jünger meinten dass sie nicht dass sie nicht dass es unter ihrer Würde sei dem anderen die Füße zu waschen Jesus sagte ich bin euer König ich wasche euch die Füße und dann sagte ihnen folgendes das ist eine sehr interessante passage euer herz erschreckt nicht glaubt an Gott und glaubt an mich im Haus meines vaters sind viele wohnungen wenn nicht so hätte ich gesagt ich gehe hin um euch eine stätte zu bereiten und wenn ich wiedergehe wenn ich hingehe und euch eine stätte bereite so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen damit auch ihr seid wo ich bin wir werden am was nein wir wissen nicht wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen was ist genau das Problem wie können wir das erkennen Jesus spricht zu ihm ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben wenn du mich hast weißt du den Weg wenn du mich hast weißt du wie du dein Leben leben kannst ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben niemand kommt zum Vater als nur durch mich und dann kommen sehr bedeutungsvolle Sätze wenn ihr mich erkannt hättet so hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nur dann erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen und der Philippus sitzt daneben und sagt das klingt theologisch sehr interessant sehr gut aber wir würden ihn gerne sehen oder Vergleiche sparen und Jesus und man kriegt ein bisschen Gänsehaut wenn man das liest Jesus spricht zu ihm so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt Philippus wer mich gesehen hat der hat den Vater gesehen wer mich gesehen hat der hat den Vater gesehen wohl gemerkt Minuten vorher hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen jemand hat die Frage gestellt was wäre passiert wenn Gott der Vater auf die Erde gekommen wäre anstatt von Jesus wir haben ja gesehen beide sind Gott und vielleicht was wäre passiert wenn kurz bevor der Menschwerdung von Jesus sich entschieden hätten wir tauschen die Rollen du bleibst im Himmel ich gehe auf die Erde ich glaube keine einzige Silbe im Evangelium hätte umgeschrieben werden müssen auch Gott der Vater wäre ein Embryo geworden und hätte sich von der Maria ernähren lassen auch Gott der Vater hätte in einer Krippe gelegen wenn er Mensch geworden wäre auch Gott der Vater hätte Blinde sehend gemacht Tote auferweckt und den Armen das Evangelium gepredigt noch Gott der Vater wenn er Mensch geworden wäre hätte den Jüngern die Füße gewaschen lieber Freund liebe Freundin das ist dein Vater wenn du Jesus gesehen hast hast du den Vater gesehen und so kam Jesus wir schon gesehen haben zu Pontius Pilatus er wurde gefoltert ausgelacht und angespuckt und so wie er sich in sein Schicksal gab und so wie er keinen Widerstand leistete sondern aus Liebe sein Leben geben wollte so hätte es auch der Vater getan die Dornenkrone wurde auf hingesetzt der wurde nach Golgatha gebracht aber als er dort angenagelt wurde war der Kampf noch nicht ganz vorbei der Satan versuchte durch verschiedene Menschen noch seine letzte Gelegenheit zu nutzen ihn irgendwie davon abzuhalten sein Leben zur Erlösung der Welt zu geben als er dort am Kreuz hing kamen Menschen und sagten aber die vorübergehenden lästerten ihn schüttelten den Kopf und sprachen der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust rette dich selbst wenn du Gottes Sohn bist so steige vom Kreuz herab aber Jesus blieb am Kreuz hängen andere kamen und das heißt der andere der gerettet sich selbst kann er nicht retten ist er der König Israel so steige nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben immer und immer wieder er wurde bespuckt er wurde ausgelacht er wurde angeschrien immer wieder wurde ihm gesagt komm nach runter dann glauben wir nicht zeig deine Macht und er blieb am Kreuz und er hörte nicht auf am Kreuz zu bleiben lag das an den Nägeln nein liebe Freunde es lag nicht an den Nägeln Jesus blieb nicht am Kreuz weil er nicht konnte sondern blieb am Kreuz weil er nicht vom Kreuz wollte selbst einer von denen die neben ihm am Kreuz man das heißt er hat auf Gott vertraut der befreien jetzt wenn er Lust an ihm hat denn er hat ja gesagt ich bin Gottes so und so sprachen die die unter dem Kreuz standen er blieb am Kreuz stehen jetzt kommt der der neben ihm hing einer der gehengten übeltäter aber lästerte ihn und sprach bist du der Christus bist wenn du der gesalbte bist wenn du der kommende König bist so rette dich selbst und uns Jesus blieb am Kreuz und dann die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme was war passiert die Sünde der Welt war so schwer auf ihm er hatte jetzt tatsächlich alle Vergehen alle Missetaten alle Fehler alle Sünden alle Schuld auf sich und er hatte noch die Möglichkeit zu überlegen ob er nicht vielleicht doch aufhören würde aber er blieb am Kreuz und er nahm die Schuld auf sich und diese Schuld trennte ihn von seinem Vater es kam der Moment wo er nicht mehr fühlen konnte dass sein Vater für ihn da war denn jetzt schaute ihn sein Vater an als ob er der Kommandant von Auschwitz gewesen wäre als ob er all die Frauen vergewaltigt hätte die jemals vergewaltigt worden sind als ob er die Menschen getötet und gefoltert hätte Gott schaute ihn an ob er das getan hätte wir alle wissen wie schlimm es ist wenn man etwas angeklagt hat wenn einem böse Worte untergeschoben werden die man nie gesagt hat Jesus hatte nie eine Sünde getan und alle Sünden wurden auf ihn getan Gott der Vater schaut ihn jetzt an als hätte er all das getan und in seiner Verzweiflung schreit Jesus mein Gott mein Gott warum hast du mich verlassen das war aramäisch die Muttersprache von Jesus aber es ist ein Zitat aus Psalm 22 das eigentlich hebräisch steht als Jesus das hier zitiert ist aus seinem tiefsten Herzen aber selbst in seiner Verzweiflung selbst Vater kommt aus seinem Herzen das Wort Gottes hervor all die Sünden konnten nicht abhalten davon am Kreuz zu bleiben und als er angespuckt wurde blieb er am Kreuz und als er ausgelacht wurde blieb er am Kreuz und als die Sünden der Welt so sehr auf ihm lasteten dass sogar sein Vater sich von ihm getrennt worden ist und er Gefahr lief für immer verloren zu als er in irgendeiner Weise gesündigt haben sollte blieb er am Kreuz für sie seine Liebe am Kreuz von Golgatha konnte durch nichts durch absolut nichts aufgehoben werden es war der absolute Beweis dass Gottes Liebe unveränderlich ist das Kreuz von Golgatha beweist das Gesetz Gottes das Kreuz von Golgatha ist vielleicht die höchste Offenbarung des Gesetzes Gottes und da ist kein Unterschied zwischen den Zehn Geboten und dem Gott der sich am Kreuz von Golgatha offenbart als Jesus die Sünden der Welt auf sich genommen hatte dann war das nicht einfach nur ein Schauspiel er hatte sie wirklich die Dornenkrone repräsentiert dass wirklich die Sünden auf ihm lagen aber wir wissen in seinem Herzen war das Gesetz Gottes was passiert wenn Sünde auf das Gesetz trifft die Sünde bricht das Gesetz aber sein Herz war so voll von dem Gesetz das als die Sünde der Welt auf sein Herz traf da sagt die Bibel im Psalm 69 Vers 21 die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend ich wartete auf Mitleid aber da war keines du und ich haben mit unserer Sünde sein Herz gebrochen und damit dürfen wir wissen dass in seinem Herzen wirklich das Gesetz Gottes war wie sagt Paulus Römer er beweist seine Liebe zu uns dadurch dass Christus für uns gestorben ist als wir noch Sünder waren das Kreuz offenbart seine Liebe die immer gleich bleibt heute Abend möchte ich dich fragen liebe Freund liebe Freundin möchtest du diese Gesetzmäßigkeit dieses Gesetz Gottes in Anspruch nehmen möchtest du glauben dass Jesus am Kreuz hängen blieb für dich und für mich und dass er dich so sehr liebt dass er dir alle deine Schuld vergibt und dass wenn du das entdeckst du aus Liebe von ganzem Herzen nicht fragst welche Gebote muss ich halten und welche nicht sondern dass du gerne alles hältst was er sagt und am allerliebsten alle seine zehn Gebote ist dein Wunsch Gott segne deine Entscheidung lass uns doch gemeinsam beten lieber Vater Vater im Himmel wir möchten dir von Herzen Dank sagen dass du durch dein Wort zu uns sprichst danke dass Jesus am Kreuz geblieben ist und danke dass wir am Kreuz sehen was es bedeutet dass du immer die Liebe bist danke dass wir sehen dass das Kreuz das Gesetz Gottes niemals abgeschafft hat im Gegenteil sondern in höchster Vollendung präsentiert hat und Herr wenn wir die Liebe sehen die du zu uns hast dann wollen wir auch gerne deinem Gebot deinen Gesetzen folgen bitte schreib du dein Gesetz in unser Herz hinein das bitten wir im Namen Jesu Amen